Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Du verlierst 25.000 Dollar am Tag mit diesem Projekt. Du könntest alles verlieren. Das werde ich nicht. Was kostet mich die Mehrheit der TWA? Sie wollen die Fluggesellschaft kaufen. Wieso sollte ich einem anderen den Spaß gönnen? Oh, du Wahnsinniger. Es kursieren beunruhigende Gerüchte über Mr. Hughes. Hey! Ich möchte alles über diesen Mr. Hughes wissen. Ich würde gerne wissen, was Ihnen Freude macht. Was ist das? Ein Geschenk. Sie können mich zum Essen einladen. Wie wär's damit? Ermittlungsbeamte haben eine Menge Dreck aufgewühlt. In diesem Straßenkampf werde ich nicht verlieren. Ihm gehört Pan Am. Ihm gehört der Kongress. Aber der Himmel gehört Ihnen nicht. Sie wird noch schneller. Ich kann mich die Frau genausoلا aus. Der Himmel habt ihr nicht dabei.